Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid zu meinem Smackdown Review, einem schlagkräftigen Smackdown Review. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr hattet eine schöne Woche und ich freue mich, euch hier begrüßen zu können zu meinem Rückblick von Smackdown, das ich ja für euch auf ProSie Maxx kommentiert habe. Vorher schulde ich euch noch eine Geschichte und deshalb dieser Stock, das ist nicht irgendein Stock, das ist der Stock vom Biff, nicht von irgendeinem Biff, nicht von Griff, sondern vom alten Biff, dem aus der Zukunft, den er im DeLorean vergessen hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich die Geschichte erzählt habe, nur ich wollte ihn zeigen und da ist er. Zeitreisen sind definitiv möglich und das ist ein Unikat, meine Damen und Herren. Das wurde extra für mich angeschaffen tatsächlich, der Griff von Biff, Stock und passt halt auch, weil es war ja sehr schlagkräftig am Ende von Smackdown, wie ich da den Bogen geschmackt habe, nicht wahr? Und wir dürfen uns alle auf die Schulter klopfen. Jacob Fatou hat den Unterschied ausgemacht. Er hat nicht nur den Unterschied ausgemacht, als Roman Reigns zurückgekehrt ist, beziehungsweise Solo Secoa jetzt konfrontiert hat, sondern er ist der Mann, der den Unterschied, er ist der Unterschied, um es einmal sozusagen. Denn wo er zuschlägt, da wächst kein Gras mehr. Sag jetzt eigentlich, egal, ich behalte mal den Schlagstock, äh, den G-Stock vom alten Biff, einfach mal in der Nähe. Was haben wir in der letzten Woche noch besprochen beim Rückblick von Smackdown, dass, ähm, wir bei der Verletzung von Jacob Fatou so ein bisschen zurückhaltend sein sollen und dass wir uns nochmal unterhalten werden, dass zu viele Zufälle da waren und gewisse Fake-News-Seiten von sehr intensiven Fans geworkt wurden. Ist das nicht unglaublich? Er hatte doch, und dabei hatte er doch noch, als er zurückgekehrt ist, diesen, diesen Spezialschuh an. Hui. Also, in der vergangenen Woche hatten wir es ja schon, haben gesagt, er griff beim Summerslam ein, Jacob Fatou sprang durch den Tisch und hat sofort, wirklich, gesellt. Weltklasse gesellt. Und vor allem auffällig gesellt und ein Zwiegespräch mit Solo Secoa gehabt und konnte nicht mehr weiter eingreifen, als dann Roman Reigns gekommen ist. Und dann, Smackdown nach dem Summerslam, war er der Einzige, der nicht da war von Roman Reigns. Und seinem Kampf gegen die neue Bloodline von Solo Secoa konnte er nicht Solo Secoa unterstützen. Und jetzt ist er da und er hat den Unterschied ausgemacht. Diese Konfrontation, die haben wir uns aufbewahrt. Jetzt schon. Und er ist derjenige, der Roman Reigns nicht kontrollieren kann. Roman Reigns hat vorher Tonga Loa, der nicht da war, den hat er außer Gefecht gesetzt. Da waren sie nur noch zu zweit. Und er wollte Step by Step an Solo Secoa rankommen. Das war die Zielsetzung. Das war unsere Geschichte, die wir hier erzählen. Und dann kam Jacob Fatou. Und selbst angeschlagen ist er immer noch so gefährlich. Ach Leute, ist es nicht schön. Ist es nicht schön, wenn wir das so sagen können. Es tut mir tatsächlich für einige leid, die auch diesen Profilen oder manche machen sich auch als Einzelgänger dann unterwegs. Ich vermelde News. Wurde offenkundig merkst, haben wir im Wrestling gearbeitet. Und wenn du eine Verletzung im Wrestling hast, dann am Anfang verkaufst du sie nicht groß. Das war ja genau umgekehrt von Jacob Fatou beim Summerslam. Das musste ja auffallen. Und deshalb war es so auf die Art und Weise schon sehr, sehr interessant. Und ich fand es schön, jetzt auch so zu sehen am Ende. Ach, ist das geil. Das ist nämlich der Sinn des Ganzen. Dass Jacob Fatou jetzt da ist und gegen den ist Roman Reigns nicht gewappnet. Und da siehst du auch die Arbeit und auch das Vertrauen, dass in Jacob Fatou gesteckt wurde. Jacob Fatou die letzten Wochen, als wir es gesehen haben, Randy Orton zeigt Aktion, er verkauft sie nicht. Und das ist nicht so ein billiges No-Selling, sondern da siehst du diesen irren, wütigen, der da einfach die Augen aufreißt und alles angreift. Er war alleine dafür verantwortlich, wenn man so will, dass die Bloodline Tag Team Champions wurden. Es ist, ja, da passt einfach so wunderschön alles zusammen. Und dann auch das Ende, also wieder die Belohnung, die wir bekommen als Zuschauer, die wöchentlich dabei sind, dass du dich damit emotional auch auseinandersetzt. Diese Triple Power Bomb durch das Kommentatorenpult. Natürlich, das Offensichtliche ist erstmal S.H.I.E.L.D. auch jemand, der nicht lange gesehen hat. Ah, geil, na, also der lange nicht mehr zugesehen hat. Und wenn du es ihm sagst, klar, den Bezug zu S.H.I.E.L.D. hast du. Und jetzt, wir, die es auch noch jede Woche sehen, wartet mal, das hat doch die Bloodline, also ich sag, ich bleib jetzt beim Begriff Bloodline, auch mit Paul Heyman doch gemacht, nicht wahr? Also ist das ihr Mittel, das sie jetzt benutzen, um die alte Bloodline außer Gefecht zu setzen. Das haben sie jetzt gegen Roman Reigns gemacht. Ah, ich hab Schweiß, dass mir die Stirn runterläuft. Es ist Eis. Und das sind diese kleinen Belohnungen, die du eben auch als Fernsehzuschauer haben möchtest, über die ich immer wieder auch in den letzten Wochen mit euch gesprochen habe. Und die sind so klein, dass sie jedoch eine große Auswirkung haben und auch das Bild sehr stark dann danach erzeugen. Und auch wichtig eben, dass Roman Reigns, Roman Reigns ist jetzt eben nicht mehr der Bösewicht, sondern er ist jetzt der wahrlich Gute, der ins Geschehen eingegriffen hat. Und jetzt braucht er Widerstände. Und den größten Widerstand, den er hat, das ist gerade Jacob Fatou an der Seite von Solo Secor. Er kommt nicht an Solo Secor heran. Solange Jacob Fatou da ist, haben wir wunderbar gezeigt und am Ende triumphiert, solange Solo Secor. Und solange Solo Secor will, ist er dann der Stammesräubling. Er hat die Heizkette und er wird von seinen Mannen auch anerkannt. Wir sind in einer sehr interessanten Phase, weil jetzt muss Roman Reigns, das habe ich ja auch noch im Kommentar extra noch einmal hervorgehoben, da hatte ich Manu dann die Frage gestellt, kann Roman Reigns diesen Kampf gegen die Bloodline alleine gewinnen? Genau das sind so die Gedanken, die du haben willst, weil es bringt ja auch nichts an, einfach die Leute nacheinander zu haben, wenn Roman Reigns alle alleine aus dem Weg räumen kann. Das war auf jeden Fall schön zu sehen und es hat mich echt gefreut. Dieses Ende von SmackDown hat mich so gefreut, auch mit Jacob Fatou das Ganze. Da freue ich mich, da freue ich mich einfach drauf, das Ganze zu haben. Und natürlich war es so, ach Leute, schön, nicht wahr? Deswegen nochmal, es gibt keine Smart Marks. Smart Marks sind die Marks. Und die anderen sind einfach normal Zuschauer wie wir, die das Ganze sich ansehen und genießen wollen und gar nicht so viel reininterpretieren. Doch wenn du die worken kannst, wenn die die Arbeit für dich übernehmen, das war ja doch so, die übernehmen das Ganze. Das ist so der Begriff. Der Begriff kommt, der Begriff Mark, vielleicht auch zum Hintergrund, kommt ja aus dem Kani-Wrestling tatsächlich. Du hast dir ja damals schon, bleiben wir in Deutschland meinetwegen, Hamburger Dom, nur wirklich aus Tradition, wenn wir es sehen wollen. Da hast du ja Leute aus dem Publikum geholt und die wurden dann gegen die Wrestler quasi auch gestellt. Und Marks sind die, die du markiert hast. Und daher kommt der Begriff, in welcher Form auch immer. Ganz früh wurde ja sogar Geld draufgesetzt. Kann der so lange mit irgendwas überstehen? Dann hast du natürlich auch markiert, dass die Geldsätze, weil du sagst, das sind diejenigen, wenn du die, wenn du die workst, dann überträgt sich das dann auch. Weil die anderen gucken ja nur entspannt zu. Und es hat sich immer auf eine gewisse Art weiterentwickelt und das kommt. Also das heißt jetzt nicht, der Markt ist da in den Ring gegangen. Gab auch solche Varianten, aber es geht in erster Linie um Kohle. Also soviel zu diesem Begriff, der da hinter steckt zu dem Ganzen im Wrestling. Deshalb ist das ein gängiger. Der wird von Leuten versucht, verschandelt zu machen. Das ist ja was ganz Böses und deswegen sind wir smarte Marks. Das ist, nein. Das ist von außen versuchen, das Business zu ändern, ist so ein bisschen schwierig. Deshalb da der Hintergrund für euch einmal aufgeklärt. Und ich fühle mich wohl bei euch und deswegen möchte ich euch das Ganze auch so sagen, weil mir gefallen einfach die Kommentare, die ihr dazu auch immer gebt. Sehr schöne, durchdachte und auch neue Perspektiven. Gruß an LA3000, der auch beim letzten Review eine sehr interessante Perspektive da einfach noch mit reingebracht hat, um das Ganze zu sehen. So, das war sozusagen das Ende von SmackDown. Und was wir noch gesehen haben, natürlich, die Sendung ging los mit der Zeremonie von Naya Jax. Und so eine Zeremonie ist einfach deshalb, das hatte ich auch schon mal im Rahmen hier gesagt, bei den Videos, die Brause deshalb, weil die sich als Fernsehsegment wunderbar vermarkten lässt. Du kannst das, das kannst du schön ankündigen. Früher wurde es klassisch gemacht. Der neue Champion ist da und der will sich äußern. Und das war's. Du bist dann natürlich, du bist ja in einer TV-Ära, in der wir uns befinden beim Wrestling. Und da brauchen diese Segmente einen Titel. Das Kind braucht einen Namen. Und deswegen entstehen solche Sachen wie, genau beim Beispiel Vertragsunterzeichnungen habe ich es gesagt. Deswegen kommen die Vertragsunterzeichnungen häufig, weil du dem Kind einen Namen geben kannst, was du als Fernsehsegment bewerben kannst. Nicht nur ich als Kommentator, sondern auch als Vorschau kannst du etwas damit bezeichnen. Und so ist dieses Beispiel eben auch in dem Fall zu nennen, dass du die Titelzeremonie in der Form hast mit dem ganzen Brimborium da drumherum. Auf der Sänfte wurde Naya Jax dann reingerollt, nicht getragen. Und klar, dieses Spielchen mit Tiffany Stratton wird so gemacht. Sie erkennt sie nicht an. Haben wir auch so eine Parallele zu unserem Endsegment da natürlich gehabt. Pretty Deadly, die ihr Musical immer noch reinbringt. Sie sind das Comic-Relief bei dem Ganzen. Allerdings, wenn alles Comic ist, ist dieses Comedic Relief so ein bisschen schwierig. Weil du brauchst es ja, um eine angespannte Situation einfach rauszuziehen. Ich hatte euch das Beispiel Arnold Schwarzenegger gesagt. Nach dem heftigsten Kampf kommt er hoch und sagt, ich baue jetzt mal Urlaub. Passt überhaupt nicht, aber einfach mal die Spannung rauslassen. Und dafür ist er pretty deadly in der Sendung. Also wenn ihr euch manchmal sagt, okay, das war jetzt gerade so heftig, wieso kommt das da rein? Das ist der Hintergrund und das war auch der Hintergrund, warum ein Segment so heißt wie Titelzeremonie, was wir da auch in verschiedenen Formen immer haben. Mietchen hat da ins Geschehen eingegriffen. Natürlich, die Vergangenheit spielt da mit eine Rolle. Wieder mit dem Kendo-Stick. Und ich dachte, okay, kommt jetzt ein Kendo-Stick-Match vielleicht für nächste Woche als erste Titelverteidigung? So nicht. Wir hatten ja schon einige Matches. Nia Jax und Mietchen haben eine gute Chemie. Das gehe ich jetzt in dem Bereich tatsächlich rein. Nur das ist wirklich die beiden. Da kommen auch wirklich schöne Matches, bei denen du sagen kannst, jawohl, die legen sich da richtig ins Zeug. Das kannst du im Fernsehen auch gut präsentieren. Da hat Mietchen auch eine ganze Menge geackert in den letzten Wochen und Monaten. Deshalb, das wird natürlich so ein Match und eine Titelverteidigung für Nia Jax, um sie einfach zu festigen, um diesen Status auch einfach mal zu untermauern. Und wie dann Bayley in das Ganze reinkommt. Ob Bayley verändert. Sie war jetzt komplett raus seit dem SummerSlam. Ob sie da komplett verändert zurückkommt, wäre auch für sie dann wieder in ihrer Geschichte eine sehr interessante und auch, denke ich, notwendige Fassade, die wir da noch einmal haben können. Bei den Frauen ging es natürlich auch weiter. Wir haben Blair Davenport und Naomi gehabt. Für Blair Davenport auch ein wichtiger Sieg. Das Sieg gegen eine Veteranin, den ganz noch einfahren kann. Ich hatte es vor ein paar Wochen auch gesagt, bei der Rückkehr von Naomi. Dreht sich im Kreis. Das dürfen wir auch so relativ deutlich anerkennen. In der Phase, in der sie jetzt ist, kommen die Leute raus und haben eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Euphorie. Wie, wenn du auch Naomi siehst, sie strahlt eine Menge Energie aus, auch als Babyface. Das funktioniert. Wenn da nicht charakterlich mehr kommt. Und ich sage nochmal charakterlich. Denn darauf kommt es an. Du musst nicht als Wrestler dann, dann überlege ich mir den neuen Move. Das ist völlig uninteressant. Das heißt, der neuartigste Finishing Move à la Diamond Cutter. Ja, das war ja auch im, DDP war ja auch im Zusammenhang mit einer ganzen Charakterumwälzung. Also, wenn du als Charakter so bleibst, wie sie jetzt ist, dann ist, kann das so dahin gehen. Sagen wir es einmal so bei ihr. Gerade in der Frauenabteilung, die echt wächst gerade. Und viele wollen da auch sehr namhafte Positionen einnehmen. Unter anderem Blair Davenport, die seit dem NXT, also für mich steht sie besser. Da präsentiert sich gefestigter, selbstbewusster und wirkt auch präsenter in ihrem Auftreten als zum Beispiel die Women's Tag Team Champions. Ayla Dorn und Elba Frey. Also, und sie ist ja zur Unterstützung der beiden eigentlich da. Doch für mich überstrahlt Blair Davenport die anderen beiden. Ist jetzt sehr hart ausgedrückt. So kann ich es halt auch mal für mich verdeutlichen, wie ich es einfach empfinde. Auf der anderen Seite natürlich Bianca Belair, Jake Cargill. Die Jagd, das Gold zu gewinnen, ist nicht so leicht aufgegangen. Was auch sehr wichtig ist, dass sie Babyfaces jagen. Gerade zwei, die so kräftig dominant in ihren Matches, in ihrer Erscheinung sind. Eigentlich ist sie ihre Schwachstelle, dass Naomi sie unterstützt. Das hört man auch mal so sagen. Gehen wir weiter zum United States Champion, L.A. Knight. L.A. Knight hat in diesem Segment gezeigt, warum er in dieser Position ist. Er bekommt nicht sehr viel und holt eine Menge raus. Allein. Santos Escobar, Legado, Del Fantasma, sie hatten ihr Dinner, das wir als Zuspieler quasi hatten mit dem Ganzen. Live war es L.A. Knight. Und L.A. Knight hat mit einem einfachen Promo, wo nichts passiert. Er stand einfach nur am Eingang und hat das da gemacht. Fand ich so geil, er hat mich. Leider ist ja kein Mean Gene richtig bei WWE. Es gibt keine Mean Gene. Es gibt Interviewer, nur die sind austauschbar. Bei aller Liebe. Das ist für mich, das fixt mich nicht. Und er, also es hat mich an Mean Gene und WWE Nitro erinnert, wo immer regelmäßige Segmente waren, wo am Entrance, mit dem Hintergrund des geilen Entrances einfach, diese Interviews gemacht wurden. Da hattest du halt auch eine Bühne. Warum machen Leute, warum machst du ein Interview im Ring? Weil der Ring ist ja deine Bühne, wie im Theater. Und da wirst du es haben, wenn du am Entrance das machst. Ist eine kleinere Bühne, kannst du halt auch, hat einen anderen Background, kannst du auch als Bühne in dem Sinne präsentieren. Ich finde es gut, dass das da mit reinkommt. Und L.A. Knight hat alleine dem Ganzen einen Sinn und eine Nachhaltigkeit und eine Emotion geben müssen. Diesen Match, das wir nächste Woche sehen gegen Santos Escobar. Santos Escobar hat sich durch ein Match qualifiziert. Gegen Andrade, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Und das war's. Natürlich hatten sie davor eine Auseinandersetzung. Nur irgendwie, da fehlt ja was. Und das hast du gemerkt. Und L.A. Knight hat alles reingesetzt in seinen Worten, die er hatte. Und in seiner Art und Weise, auf Englisch sagst du seiner Delivery, um ein Interesse bei uns zu erzeugen. Und das macht er von Beginn an. Ganz alleine, bei allem. Früher hatte er noch wenige. Jetzt hat er einen US-Titel. Und eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung. Ich gehe gar nicht so weit in Rivalität zu sprechen dabei. Und das ist der Unterschied, den L.A. Knight gegenüber allen anderen eben hat. Den er ausnutzt, wo er seine Erfahrungen eben auch ausspielt. Das sind so Sachen, wie er es bei NWA auch immer schön hat. Da war er ja immer so ein Interviewer bei der NWA, wo dann der ihm das Mikro reingehalten hat. Da ist ja nochmal das Set ein bisschen anders. Das haben sie ja sehr, sehr klassisch bei der NWA von Billy Corgan auch gehalten. Was ich sehr schön finde, das hat er damals auch schon gemacht. Bei TNA war es noch einen Tick anders bei ihm. Hat er natürlich auch sehr viel alleine gemacht. Hat sehr viele Freiheiten, sich zu präsentieren. Hier ist es ja sehr zielgerichtet. Und das war wichtig, dass L.A. Knight so ein gutes Promo da gemacht hat für das Match. Er hätte auch rausgehen können, wie vielleicht der eine oder andere. Er hat mich als Müll bezeichnet. Ich werde dich dafür büßen lassen. Und du wirst sehen, dass ich wahrlich der Champion bin. Merkt ihr es? Und das machen manche. Und L.A. Knight nicht. Und deswegen ist L.A. Knight da, wo er ist. Deswegen begeistert er die Fans so, wie er sie begeistert. Das ist eben der Unterschied zu einem Profi, der es auch über Jahre mitgemacht hat. Der genau weiß, oh Mann, wenn ich nicht viel habe, dann muss ich ganz schön viel rausholen. Dann darf ich selber mal arbeiten und ackern. Und das hat er gemacht. Und das ist für mich eher auch so wieder für einen jungen Wrestler eigentlich zu sehen. Schau mal, was der da gerade so uns gegeben hat und wie wenig er hatte. Weil viele Wrestler sagen, ja, ich habe immer so wenig Chancen und ich kriege immer so wenig. Das ändert sich nie. Das ist immer daraus, was du dann machst. Und wie du die Emotion reinsteckst. Und wie kannst du auf die Emotion reagieren, die die Fans dir geben. Und er lässt den Fan einfach nicht durchatmen. Einen nach dem anderen gibt er ihm. Und auf Kosten des anderen die Gefahr dann nochmal darstellen. Okay, du bezeichnest mich so, dann will ich dir zeigen, wie es ist. Das als Hintergrund zu dem, was wir da gesehen haben mit L.A. Knight. Angesprochen natürlich das Match Andrade gegen Kamelo Ace. Das war das dritte Aufeinandertreffen. Und jetzt war es dieser nicht Glückssieg, aber Überraschungssieg. Ein Rollersieg, den Kamelo Ace dringend benötigt hat. Auch das die Geschichte nicht nur für die Galerie wrestlen, dass es toll aussieht, sondern am Ende auch mal einen Sieg einfahren. Und dann ist es überheblich. Er feiert es. Und da habe ich innerlich gekocht. Wenn einer mich so besiegen würde, wenn ich auf der Matte einen Kampf habe gegen einen. Wirklich. Dann dreh ich durch, wenn er das danach machen würde. Und deswegen auch die Reaktion von Andrade, wie er dann noch explodiert. Und die Offiziellen dazwischen. Und die Gesichter dazu. Und wie die beiden haben es echt gespürt, was du da gezeigt hast. Das ist wichtig. Dass es nicht so halbherzig rüberkommt. Ich denke es mir wirklich. Ich hatte es ja, bei meinem Kampf hatte ich es ja so. Der war so angepisst, dass er gegen mich verloren hatte, der Junge. Dass er mir nicht die Hand geben wollte. Und ich habe es mal im Video gesehen. Das hatten die Leute aus meinem Team mir gesagt. Der Trainer von denen musste ihn zu mir schicken, dass er mir die Hand gibt. Ich habe ihn so gereicht. Ich bin weggegangen. Er war weg. Ich habe es nicht realisiert. Weil ich so geil, Kampf gewonnen. Irgendwie. Irgendwie gewonnen. Und dann reichst du dem Gegner die Hand. Und da habe ich dann im Video gesehen. Krass, Alter. Der war so angepisst. Der wollte weggehen. Und dann hat der Trainer ihn zurückgeschickt. Hand gegeben. Aber der hat gekocht. So mal zum Hintergrund. Und noch einmal zu sagen, weshalb ich das so gekocht habe, als der andere, der gewonnen hatte. Dann auch noch so. Da kam ich nicht raus. Da kam ich nicht raus. Oh ja. Schön. Schön. Da kommt der alte Biff in mir raus. Herrlich. Ja. So viel zu dem Teil. Und was auch eine wichtige Rolle spielt bei Smackdown. Jetzt vor allem die letzten zwei Wochen. Tag Team Wrestling. Die Street Profits sind die neuen Top-Herausworter auf die Tag Team Titel. haben sich gegen DIY durchgesetzt. Mir gefällt DIY. Für mich hat DIY die letzten Wochen echt gewonnen. Das hätte ich nicht gedacht. DIY hat wirklich mit ihren Matches es geschafft. auch ihre Underdog-Position, obwohl sie Champions waren, immer auch so zahlen. Und jetzt. Sie haben es nicht geschafft gegen die Street Profits. Sie am Ende so ein bisschen bissiger waren am Ende. Da wäre es fast so gewesen, okay, kommt jetzt so das letzte Häppchen damit, wo wir dann da landen. Wo wir vor ein paar Monaten waren, was ich schon mal angesprochen hatte, dass sie nicht mehr die Party Street Profits sind, sondern die Badass Street Profits sind. So weit sind wir nicht. Wie auch B-Fab in dieses ganze Bild passt, weiß ich nicht. Ich auch. Da würde mich eure Meinung so interessieren, wie sie da für euch in das ganze Bild reinpasst. B-Fab ist eine Erscheinung und strahlt auch. Sie hat unglaubliches Charisma. Und auch die Art und Weise, wie sie redet. Sie hat so etwas Melodisches, auch eine Art und Weise, wie sie etwas sagt. Ich würde wirklich überlegen, in welcher Rolle ich sie gerade in der Sendung einsetze. Natürlich willst du sie in der Sendung haben. Weiß ich, dass ich da wirklich viele Fragen stellen würde. Und das mache ich halt auch jetzt. Das habe ich euch ja auch gesagt. Wenn ich an einem Tisch, an einem Booking-Tisch sitze und sage ich, das machen wir so, das wird geil. Sondern ich will Meinungen hören. Und dann entsteht ja in diesem Prozess, okay, das hat der gesagt, okay, da passt nur das, da, da, das. Das vielleicht würde so etwas funktionieren. Versuchen wir mal sowas, passen wir es an. Denn so wie es jetzt ist, irgendwie ist da mit den Street Profits zusammen Disconnect. Die beiden untereinander ist brillant. Ist absolut brillant. Angelo Dawkins, von wegen Angelo Dawkins, der Marty Gennetti und Montes Ford, der Shawn Michaels. Das, das gefällt mir. Das ist richtig, richtig cool. Gerade Angelo Dawkins, das hatte ich auch in den letzten Wochen, auch bei dem letzten Review nochmal explizit gesagt, dass er für mich auch demografischen, wichtigen Teil in den USA spielt, eine Bevölkerungsgruppe einfach auch anspricht. In seiner Präsentation, seiner Art, wie er redet in den USA. Und das kann sich übertragen. Das finde ich klasse. Montes Ford. Ja, auch bei ihm schreit es natürlich, dass du ihn irgendwann alleine sehen willst. Mit den Street Profits ist noch was zu holen. Und jetzt sind sie ja die neuen Herausforderer auf die Tag Team Titel waren. Interessantes Tag Team Pay Per View PLE Match, wenn wir mal so ehrlich sein wollen. Und wir haben auch nächste Woche bei SmackDown, so als Ausblick, wir haben drei Titel Matches. Also Tag Team Titel Match, US Titel Match und das Women's Champion Titel Match. In der Woche, bevor es nach Berlin geht. Zum Premium Live Event. Also in der Woche davor. Wir sind jetzt gerade so bei SmackDown, auch in einer Phase, wo viele Rivalitäten sich aufbauen. Klar, denn einen Teil davon hast du ja gar nicht bei dem eigentlichen Premium Live Event. Weil der Main Event ist ein Raw Champion. Gunther ist der Raw Champion. Gegen Randy Orton, der jetzt derzeit bei SmackDown nicht ist. Das heißt, die SmackDown-Rivalitäten in sich, die werden gar nicht bei dem Pay Per View aufgelöst, sondern vorher. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert bei SmackDown in Berlin. Wisst ihr Bescheid, da freue ich mich ja drauf. Da will ich vorne sitzen am Kommentatorenpult und euch zuwinken, wenn es dann losgeht. Also, ja, bin ich mal gespannt. Da sind wir dann nämlich bei dem Thema, was natürlich auch einige beschäftigt. Und da bin ich auf die Reaktion gespannt, ist dann die Auseinandersetzung Kevin Owens und Cody Rhodes. Am liebsten bräuchte ich noch einen Monat. Ich habe so das Gefühl, wir sind am Anfang und vielleicht sieht es sich auch länger. Ja, die Geschichte hatten wir ja letzte Woche eingeleitet, dass Cody Rhodes Kevin Owens quasi bestimmt hat. Nur was steckt da eigentlich hinter? Was ist die Motivation? Will er einfach seinem guten Kumpel Kevin Owens ein Titelmatch geben? Gleichzeitig sagt Kevin Owens, ich verdienen kann es. Ich habe auch keine gute Siegesserie, keine gute Bilanz derzeit. Kevin Owens könnte ja eigentlich paranoid werden in der Situation und sagen, Hast du dir ein Titelmatch gegen mich ausgesucht, weil du weißt, dass ich keinen guten Lauf habe und du mich besiegst? Und dann weckt das so ein Feuer in ihm. Das würde ich zum Beispiel als Anreiz geil finden. Das würde natürlich auch so ein bisschen Cody Rhodes, fernab von diesem strahlenden Posterboy, auch so eine andere Note, so ein paar Zweifel auch mitgeben. Kevin Owens auf der Seite des Guten. Wie lange kann das ja auch noch funktionieren? Wir haben ja, wir haben diesen großen Bösewicht nicht mehr bei SmackDown mit Roman Reigns. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen so einen richtig großen Bösewicht. Natürlich, Randy Orton, es ruft danach, dass irgendwann Cody Rhodes, Randy Orton, vielleicht Richtung Royal Rumble erst sich das entwickelt oder gar WrestleMania nächstes Jahr das große Aufeinandertreffen, dass da die Rollen dann relativ klar verteilt werden. Nur Kevin Owens und Randy Orton können ja gemeinsame Sache machen. Wer weiß, ob das so weit kommt. Hier bei SmackDown war es ja so, du hast ein Match gehabt gegen Grayson Waller. Grayson Waller in seiner Position, das meinte ich hier, ideal eingesetzt. Den kannst du in die Matches immer bringen. Das funktioniert gut. Die Rollenverteilung ist immer ganz klar. Er verliert und leidet darunter nicht. Sondern er hat immer eine Ausrede parat. Also er ist so ein bisschen wie The Miss. Tatsächlich früher The Miss, wo er drin ist. Das mit Austin Theory, jetzt haben wir es ein bisschen ausgespielt, dass Theory ihn vor den Bus geworfen hat. Und nicht andersrum. Wir lassen uns da Zeit mit der ganzen Geschichte. Gleichzeitig brauchst du die beiden offenkundig. Weil was, wenn jetzt Austin Theory alleine wäre, was würde dann folgen? Wäre die nächste Frage. Deswegen ist die Verbindung jetzt erstmal so zu halten gar nicht mal verkehrt. Es ist einfach eine toxische Beziehung. Manchmal ist man halt auch lange in toxischen Beziehungen. Und da dauert es, bis man eine Trennung erstmal hat. Das ist so genau das Ganze, was wir hier sehen. Kevin Owens mit einem klaren Sieg. Hat seinen alten Finisher quasi, also er hat den Stunner gezeigt, also sein altes Finish, die Popper Powerbomb zum Sieg gezeigt. Und hat auch noch geschrien, du willst den alten Kevin Owens. Also spielen wir ja damit, dass Kevin Owens bis zu Bersche in Berlin noch eine Veränderung durchmacht. Die muss er ja auch durchmachen. Und irgendwas, ich weiß nicht, ob es nächste Woche, spätestens, ja es muss eigentlich nächste Woche, denn die Rollen müssten eigentlich klar verteilt sein, wenn sie in Berlin sind bei SmackDown. Da wird es ja, die werden ja reden im Ring. Das weiß ich ja jetzt schon, dass sie im Ring, also ich weiß es nicht, weil ich es weiß, sondern das ist einfach so ein Gefühl. Da wird es ja kein Match von denen geben, einen Tag bevor es das Match gibt. Und da wird es eine, da muss es ja irgendeine Art von Konfrontation geben. Mir fällt kein Wort ein, das ein bisschen abgespechter von Konfrontation ist, dass dann für Bersche in Berlin ein bisschen Feuer, Brisanz vor allem in das Duell bringt, das wir sehen werden um den Undisputed-Titel. Und ich denke auch, dass sich das dann ähnlich wie AJ Styles dann erstmal über mehrere Facetten oder über mehrere Premium-Live-Events dann auch ziehen kann. Wie das der Titel-Regentschaft von Cody Rhodes hilft, im Moment ist es ja so, Cody kommt raus, alle jubeln und feiern. Und das ist auch eine Art von Babyface-Champion. Wie lange das hält, sehen wir mal. Spätestens wenn Randy Orton wieder bei SmackDown regelmäßig ist, dann, wenn wir mal die Änderungen so sehen. Bersche in Berlin habe ich jetzt ein paar Mal angesprochen. Da möchte ich euch natürlich auch den Tipp geben, schaut mal in die Tickets einfach rein. Die Rest-Tickets, die noch verfügbar sind, sind jetzt sehr greifbar geworden. Ich habe unter anderem bei SmackDown im Oberrang für 81 Euro ein Ticket gefunden. Also das sind schon okay Tickets. Bei Konzerten zahle ich mehr. Und im Unterrang, da findet ihr, ich weiß gar nicht, so bis 150 Euro, sage ich mal. Dass ihr auch Unterrang-Tickets, natürlich einzelne Tickets, wenn ihr gemeinsam ja zu zweit wollt, müsst ihr mal schauen, wie das da möglich ist, dass ihr nebeneinander sitzt. Nur checkt das mal gerne ab, so als kleiner Tipp von mir. Und auch bei Bash in Berlin schaut man vielleicht, schaltet einfach nächste Woche regelmäßig rein. Also bei SmackDown würde ich mich echt freuen, Leute von euch begrüßen zu können. Ich werde auch knallhart zuwinken, wenn ich ein... Gut, die meisten habe ich jetzt eher nur durch Namen, aber macht euch bemerkbar. Ich freue mich sehr, einige von euch begrüßen zu können dann bei SmackDown vor Bash in Berlin. Und dass wir da gemeinsam einfach eine Party feiern und einfach dieses Feeling aufnehmen können. Ich glaube, Frankreich hat uns das schön vorgemacht. England hat uns das letztes Jahr so um Money in the Bank vorgemacht. Und deshalb freue ich mich da ganz besonders drauf, das Ganze mit euch dann zu feiern. Wenn ihr natürlich, nie vergessen, darf ich ja auch mal sagen, also wenn ihr WWE-Merch möchtet, gerne unter dem Code Valandi15, 15% sparen. Ich darf übrigens sagen, diese NWO-Hose, habe ich jetzt gerade nicht an, diese Hosen, diese langen Jogger sind ja geil, vor allem mit der Hose hinten, habe ich letztens am Wochenende zur Arbeit getragen. Am Wochenende darf ich das. Vor allem die Seitentaschen sind voll groß. Also, ich war überrascht. Ich war echt überrascht. Und 15% bei dem Preissparen ist gar nicht mal verkehrt, so einfach. Deswegen da gerne nutzen. Natürlich unter GetShirts.de slash ValandiZanti bekommt ihr meine Shirts im SA Wrestling Shop oder unter Pro Wrestling Tees Tees slash ValandiZanti, dass ich das Wort Tees nicht mehr so aussprechen konnte. Das war mein Rückblick zu SmackDown diese Woche. Und schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Denkt dran, abonnieren. Ich wollte schon Plus weg sagen, das ist bei TikTok und alles so weiter. Eure Kommentare zu SmackDown und wie eure Erwartungshaltung die nächsten Wochen ist, gerne unten rein. Ich freue mich immer auf ein paar andere Gedanken. Ich stimme bestimmt nicht bei allem zu, wie ihr nicht allen bei mir zustimmt. Nur ihr sagt halt nicht, was ist euer Gedankengang dahinter? Und dann sind so einzelne Sachen, wo ich denke, oh cool, interessanter Gedankengang. Und dann versuche ich das dann auch immer mit einzubauen. Also, ich wünsche euch eine tolle Wrestling Woche. Genießt es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und dann sehen wir uns wieder hier. Und jetzt heißt es, den G-Stock des Alten Biff nehmen und zurück in den DeLorean, um in die richtige Zeit zu reisen. Tünnü! 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 Vielen Dank.